Im heutigen Video Glaubenssätze im Handwerk wollen wir einmal über den Glaubenssatz sprechen. Marketing, das ist da eigentlich nur was für große Firmen, nur für Konzerne. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist Alex, Marvin auch dabei. Jo, hi. Und wir sprechen heute mal über das Thema, ja, Marketing ist da eigentlich nur was für große Unternehmen, für Konzerne, für kleine Betriebe. Ist das ja gar nichts, zu teuer, funktioniert nicht, wie auch immer. Ja, man muss sich erstmal die Frage stellen, woher kommt dieser Glaubenssatz eigentlich? Natürlich. Grundsätzlich ist ja so, klar, früher war es so, wenn man jetzt so an Werbung denkt, grundsätzlich mal als Thema, dann ist es ja so, dass irgendwie, klar, man hat gesehen, große Fernsehwerbung, irgendwie große Printkampagnen in irgendwelchen Magazinen oder in irgendwelchen großen Zeitungen und so weiter. Und das ist natürlich eine Sache, die natürlich sehr, sehr kostenintensiv ist. Das heißt, wenn man erstmal so an Marketing denkt, dann haben viele Leute und auch viele Inhaber von Handwerksbetrieben natürlich erstmal so diese Themen im Kopf. Und mittlerweile hat sich natürlich aber auch viel geändert. Also man kann natürlich Marketing nicht nur im Radio, in der Zeitung oder im Fernsehen machen, sondern es gibt ja diverse Möglichkeiten, sowohl offline als auch online Werbung zu machen. Ja. Und ich glaube, da muss man erstmal differenzieren. Ja, es gibt da auch eine ganz interessante Verzerrung, weil du logischerweise die Werbung, die du am häufigsten siehst, das identifizierst du aber am ehesten als Werbung. Es gibt zum Beispiel bei uns hier in Hannover so ein Plakat, wenn man da vorbeifährt, das geht über, ich weiß gar nicht, 30 Meter nach oben, 30 Meter zur Seite so gefühlt. Und das Spannende ist, dieses Plakat verdeckt Wohnungen. Das heißt, diese ganzen Wohnungen, da kann niemand drin wohnen, weil die Fenster einfach nicht als Fenster genutzt werden können. Das heißt, die lassen, weil dieses Plakat so verdammt teuer ist, gerne 30 Wohnungen leer stehen, weil das Plakat mehr Geld bringt, dass diese 30 Wohnungen, das muss man sich überlegen. Das sind so 50.000 Euro im Monat, habe ich mir mal sagen lassen. Und jetzt ist das natürlich sehr präsent, das Plakat, wenn ich an Werbung denke, denke ich immer direkt an dieses Plakat. Das heißt, an die Werbung, die du denkst, ist die, die du auch sehr präsent siehst, die auch im Regelfall sehr teuer ist. Kann Fernsehwerbung sein, kann Zeitungswerbung sein. Diese Art von, ich bin einfach nur der mit den größten Taschen und hau das meiste Geld draus, ist ein Marketing, was tatsächlich ein kleiner Betrieb nicht machen kann. Was die Großnamen machen, wo die Kleinen oft denken, das ist ja genau das Marketing, was Marketing halt ist. Und so funktioniert es halt. Ja, und was man sich halt bewusst machen muss, ist halt, dass man als kleiner Betrieb halt total viele Möglichkeiten hat, sehr zielgerichtet oder auch sehr effizient Werbung zu schalten. Also da gibt es, wie gesagt, Möglichkeiten, Offline-Werbung zu machen, Online-Werbung zu machen. Und dementsprechend halt seine Zielgruppe an den Orten auch abzuholen, wo sie sind. Ja, wenn ich jetzt Küchenhändler bin oder Terrassendachplaner und Monteur sozusagen oder Fachbetrieb, dann habe ich halt Möglichkeiten, genau an diese Leute zu kommen, die ich brauche, ohne dass ich jetzt irgendwie eine riesen Fernsehwerbung mache oder ohne, dass ich jetzt ein riesen Plakat an die Wand hänge, indem ich halt einfach da bin, wo die Zielgruppe sich aufhält. Nämlich das Effizienteste ist mittlerweile wahrscheinlich online. Es gibt aber auch natürlich Wege, das Ganze offline zu erreichen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist online effizienter? Also warum funktioniert es so viel besser? Das ist klar, wenn du sagst, du hast eine Region von sagen wir 500.000 Menschen. Nehmen wir Hannover jetzt wieder als Beispiel. Von diesen 500.000 Menschen, wenn ich jetzt Coca-Cola bin, kommen wahrscheinlich 300.000 einmal im Jahr als Kunde in Frage, mindestens einmal im Jahr als Kunde in Frage, viele täglich auch von denen. Das heißt, da habe ich eine ganz andere Möglichkeit abzuschöpfen. Da habe ich auf so eine, ich sag mal, groß angelegte Werbung einen viel geringeren Streuverlust. Wenn ich ein Handwerksbetrieb bin, bei diesen 500.000 Menschen, da habe ich jetzt, wenn es hochkommt, 40% Eigenheimanteil, wo aber auch zwei Leute im Schnitt drin wurden. Das heißt, ich rede hier am Ende von nicht mal 100.000 Eigenhaier. Wenn ich sage, ich mache Terrassendächer, dann hat von denen vielleicht schon 30% ein Terrassendach. 10% haben das Haus gerade erst gebaut, können also faktisch sich nichts Neues holen. Und nochmal 20% sind vielleicht zu alt dafür. Das heißt, ich bin plötzlich von 500.000 auf vielleicht noch 50.000, wenn überhaupt, maximal Kunden runtergeschrumpft. Und von denen jetzt aber auch nur wieder ein kleiner Teil wird gerade das Geld, die Lust, die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Es sind vielleicht noch 10.000, vielleicht 20.000. Und wenn ich sage, ich gebe 500 aus, aber nur 20.000 sind eigentlich in meiner realen Zielgruppe drin, ja, dann verschwende ich einfach mal 96% meines Budgets. Und wenn ich jetzt aber sage, ich kann, und das geht mit Online-Werbung, ich kann gezielt auf diese 20.000 zugehen, damit ist jeder Euro ein Treffer. Und dann habe ich ein viel geringeres Budget, ich habe dann nämlich nur 4% meines Budgets von dem, was der hat, der alle erreichen möchte. Und habe aber im Endeffekt sogar bessere Ergebnisse, weil die Leute gezielt erreicht werden. Was halt viele nicht wissen, ist, dass man heutzutage halt die Möglichkeit hat, im Internet einfach Leute anzusteuern, also einfach mit reinzunehmen in die Zielrichtung der Werbung, um zu sagen, hey, ich suche Leute, die jetzt gerade auf der Suche sind nach einem Terrassendach, die in der und der Region wohnen, die vielleicht das und das Einkommen haben. Und ich bin da eben, ich habe da die Möglichkeit, sehr, sehr zielgerichtet das Ganze auszusteuern. Das heißt, das ist eben jetzt genau der Unterschied, den wir uns bewusst machen müssen. Ich kann einmal eine riesen Fernsehkampagne schalten, wo ich einen riesen Streuverlust habe und 100.000 oder Millionen dafür zahle. Oder ich gehe eben sehr, sehr segmentiert vor und kann eben das kleine Segment von den kaufkräftigen Leuten adressieren mit meiner Werbung, die jetzt gerade Interesse haben am Thema Terrassenüberdachung oder Wintergarten oder Photovoltaikanlage etc. Und kann denen mein Angebot jetzt näher bringen, dass ich eine gute Beratung habe, dass ich eine Ausstellung vielleicht habe. Und kann denen das zeigen und kann dann diese Kontaktinformationen von dem Interessenten dann einsammeln. So, und das ist eben genau der Unterschied, warum wir bei dem einen 100.000er ausgeben und bei dem anderen nur wenige Euros pro Anfrage, eben weil ich diese zielgerichtete Werbung eben schalten kann. Und das, ja, das hat uns sozusagen die Online-Werbung gegeben, diese Möglichkeit. Und deswegen ist das auch so lukrativ. Und dass du meine Hausnummer an der Hand hast, ich meine, Leute wollen ja immer ganz über Zahlen redet, eine vernünftige Werbung für einen kleinen Betrieb, kleinen regionalen Betrieb von, ich sag mal, ein bis 40, 50 Mitarbeiter, die kann bei 1.500 Euro im Monat liegen. Das sind jetzt erstmal viele, aber wenn du für diese 1.500 Euro im Verhältnis ein paar Aufträge bekommst, die wieder ein bisschen lukrativer sind, das sind ja normalen Aufträge, sagen wir mal bei jedem, wenn man drei Aufträge holst du rein, bei jedem Auftrag kannst du, keine Ahnung, 500 bis 1.000 Euro mehr durchsetzen, als du sonst könntest, einfach weil du sichtbar bist, dann hast du das Geld schon doppelt wieder verdient, was du ausgegeben hast. Und das ist ja genau das Ziel von Werbung. Das Interessante ist, man kann da mit wenigen Euros am Tag, kann man da den Effekt erzielen, den du eben beschrieben hast, nämlich den Effekt, dass ich sozusagen mit einem Auto immer da dran vorbeifahre. Exakt. Genau, den kann ich aber erzeugen, aber nicht eben für jeden in deiner Stadt, sondern für nur die, die in Frage kommen und die auch Interesse daran haben. Und auch nur das bringt ja was. Genau, nur das wollen wir ja. Und ja, deswegen mit wenigen Euro kann man durch Online-Marketing eigentlich den Effekt haben, den man mit 100.000 oder Millionen von Euro erzielt. Und das ist eben das, was daran so interessant ist. Genau, also wenn du in Zukunft jemanden hörst, der sagt, ja Werbung ist nur was für Großunternehmen, weißt du es jetzt besser. Gut, es gibt ja Leute, die wissen das, was wir jetzt gesagt haben, sagen das trotzdem, einfach weil sie keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Das ist dann eher so die Träger, die da einsetzt. Aber es ist eine Riesenchance für Kleinunternehmen. Gerade das Internet hat viele Sachen möglich gemacht, die früher so für einen Kleinbetrieb nicht möglich gewesen wären, wo diese Aussage wahrscheinlich trotzdem wirklich gestimmt hat. In dem Sinne jetzt, also kannst du dich gerne informieren, auch wie so eine Werbung konkret aussehen könnte. kannst du bei uns auf die Website gehen, da haben wir Ressourcen, da siehst du zum Beispiel die Marketing-Shablohne, da haben wir mal genauer erklärt, wie funktioniert das genau mit der Online-Werbung für die größten Branchen. Die sind dann dabei so, die zehn größten Branchen am Handwerk, da ist deine Garantität auch dabei. Und ja, da kannst du dir das einfach mal anschauen, wie sowas in der Realität dann aussieht. Und in dem Sinne wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit. Du findest hier jetzt auch verlinkt den letzten Teil der Serie, also den Teil vorher. Viel Spaß dabei, wir sehen uns. Ciao.